Wer sind Sie? Was soll das alles? Nun, ich komme aus dem Weltraum, wie der, den Sie eben im Film gesehen haben. Zoo, Z-O-O, ein Zoo. Ein Zoo, da können die Menschentypen wie dich besichtigen. Oh, sehr witzig. Helfen Sie mir, Jonathan. Ich werde Ihnen helfen. Los, gib mir die Antwort. Das ist das Problem mit den wertigen Jungs heutzutage. Sie wollen auf alles eine Antwort haben. Ich fühle mich komisch. Nun, du bist ja auch 30 Jahre älter. Ich bin was? 30 Jahre älter. Jetzt ist 2018. Jonathan, wenn das ein Scherz sein soll, dann finde ich das nicht sehr witzig. Los, hau endlich ab, du Penner! Hat es etwas genützt? Ich weiß nicht. Doch jeder auf dieser Erde müsste jetzt nachgedacht haben.